Hallo und herzlich willkommen zum ASICS Short. Die Listenansicht Tabelle verwenden und personalisieren. Die Listenansicht ermöglicht das Bearbeiten der Datensätze von außen, das bedeutet Dateneingabe ohne den Datensatz öffnen zu müssen. Diese Funktion ist vor allem hilfreich, um viele Datensätze auf einmal zu bearbeiten. Zum Beispiel bei der Visiteneingabe. Dabei können auch nicht benötigte Spalten ausgeblendet werden, die Spaltenbreite der einzelnen Spalten sowie die Spaltenposition individuell verändert werden und Spalten fixiert und sortiert werden. Die personalisierte Ansicht kann jeweils gespeichert werden und auch als Excel exportiert werden. Die gespeicherte personalisierte Ansicht ist jeweils nur für den Benutzer ersichtlich, der sich die Einstellung als neue Ansicht abgespeichert hat. Der Benutzer hat die Möglichkeit, bei Bedarf seine personalisierten Ansichten auch an andere Benutzer zu veröffentlichen. Nehmen wir als Beispiel die Visiteneingabe. Mit dem Cursor auf den Tabellenrand kann man die Spaltenbreite wählen. Mit einem Klick auf die drei Punkte öffnen sich das Menü Spalten auswählen. Hier werden die benötigten Spalten ausgewählt, beispielsweise Mitarbeiter. Titel Fällig am Eventuell Notizen Ergebnis Erledigt am Und nächster Termin Wenn gewünscht können die Spalten verschoben werden, je nach Gebrauch. Es können auch Spalten fixiert werden. Zum Beispiel Mitarbeiter, dass diese Spalte immer eingeblendet bleibt, auch wenn in der Liste weiter nach rechts gescrollt wird. Die Spalten können auch sortiert und fixiert werden. Entweder mit einem Klick auf die drei Punkte gleich neben dem Spalten-Titel. Oder auch mit einem Klick in die Bezeichnung der Spalte. Um die vorgenommenen Einstellungen zu speichern. Links oben bei Standardansicht die Ansichtenliste öffnen. Und auf die Speicherdiskette klicken. Jetzt noch den Namen dieser Ansicht definieren, zum Beispiel Visiten-Eingabe. Und auf Speichern klicken. Diese Ansicht kann auch als Standardansicht gespeichert werden. Mit Klick auf Stern-Symbol bei der gewünschten Ansicht. Auch kann sie mit anderen ASICs-Benutzern derselben Instanz geteilt werden. In der Ansichtenliste entsprechende Ansicht auswählen. Und Klick auf die Wolke mit dem Pfeil. Mithilfe der Wolke mit der Lupe werden alle veröffentlichten Anzeigen aufgelistet und können von den anderen Benutzern übernommen werden. Weitere ASICs Short-Videos zum Thema Datenpflege und Überprüfung in ASICs finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.